Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner Backstube. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe über die Feiertage ein bisschen viel Süßes gegessen und deswegen habe ich heute richtig Lust auf was Herzhaftes und deswegen machen wir eine Quiche Laurent zusammen. Dafür brauchen wir als allererstes einen Mürbeteig, deswegen fange ich an und mische Mehl und Zucker. Ihr seht, das ist nicht so viel Zucker, der Teig wird dadurch auch gar nicht süß. Das ist einfach so, wie man ja auch ein bisschen Salz am süßen Teig macht. Wenn ihr absolut auf Zucker verzichten wollt, dann könnt ihr den natürlich auch weglassen. Und jetzt kommt eine gute Prise Salz rein. Als nächstes kommt Butter an den Mürbeteig und die werde ich gleich mit der Hand unterkneten, dass es so eine bröselige Masse gibt. Hier habe ich zwei Eigelb und in die kommt jetzt oder kommen zwei Esslöffel ganz kaltes Wasser und das wird dann ein bisschen verrührt. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch nicht verführen lasst mehr Wasser zu nehmen, sonst wird nämlich der Teig später hart und das wäre doch schade. Und das kommt jetzt zu der Mehl-Zucker-Butter-Salz-Mischung. Dann wird alles verknetet und habt keine Angst, es sieht jetzt erstmal so aus, als würde das niemals ein geschmeidiger Teig werden. Aber wenn man das lang genug macht, dann wird das was. Hier ist der fertige Teig. Der kommt jetzt gleich eine Stunde in den Kühlschrank. Da darf er sich dann ein bisschen ausruhen. Und zwar wird er vorher in eine Frischhaltefolie gewickelt und der wird sehr hart im Kühlschrank. Und damit es dann später einfacher ist, den auszurollen, werde ich den jetzt hier gleich schon ein bisschen platt machen. Unser Teig ist jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank und wir kümmern uns jetzt schon mal um die Füllung. Und zwar machen wir die mit Creme Fraiche. Das habe ich schon mal hier. Gruyère. Das ist Schweizer Käse. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jeden anderen aromatischen Hartkäse nehmen. Zum Beispiel wenn ihr Emmentaler zu Hause habt, das geht natürlich auch. Und Speck. Um den kümmern wir uns aber gleich erst. Und Eier. Wir haben Eier und zusätzlich noch Eigelb. Das habe ich vorher schon getrennt. Hier ist das Eigelb. Das Eiweiß habe ich aufgehoben. Das brauchen wir nämlich gleich auch noch. Als nächstes kommt Pfeffer dazu. Auf Salz verzichte ich diesmal ganz, weil nämlich natürlich der Käse sehr salzig ist. Und auch der Speck. Und ich will es nicht zu salzig haben. Der erste Teil der Füllung ist fertig. Als nächstes kümmern wir uns um den Speck. Und zwar braten wir den in einer Pfanne an. Ohne Öl. Bis er knusprig ist. Ich habe jetzt den Mürbeteig aus dem Kühlschrank geholt. Der hat sich ein bisschen ausgeruht. Der ist sehr, sehr hart. Jetzt werden wir gleich sehen, wenn wir den ausrollen. Und dann kommt er in die Tartform. Die habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich die erste gebuttert. Und dann so ein Kreuz ausgeschnitten aus Backpapier. Da können wir nämlich später ganz einfach die Tart da herausheben. Und dann habe ich hier noch das zugeschnitten. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr die Form auf das Backpapier setzt. Dann zeichnet ihr mit dem Stift außenrum und dann schneidet ihr das aus. So. Also dann. Ja, das könnte gehen. Dann werde ich das jetzt da reinnehmen und den Rest mache ich einfach mit den Händen in der Form. Und alles, was jetzt noch übersteht, das schneide ich einfach so mit dem Messer ab. Jetzt ist der Teig fertig. Die Füllung ist fertig. Und was wir jetzt machen ist, ich habe euch ja gesagt, wir brauchen das Eiweiß noch. Wir nehmen einen Pinsel und pinseln den Boden mit dem Eiweiß ein. Das wird nämlich verhindern, dass später die Füllung den Teig matschig macht. Und so müssen wir nicht vorbacken. Als nächstes kommt der Schinken auf den Teig. So, verteile ich jetzt noch ein bisschen. Und als letztes kommt die Füllung da drauf. Und das Ganze kommt jetzt 40 Minuten in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen und das Ganze bei Umluft. So, ihr Lieben, das ist ein Stück aus der fertigen Quiche. Ich habe einfach noch ein bisschen Schnittlauch klein geschnitten und das darüber gestreut. Ich glaube, das wird sehr gut dazu passen. Ja, schaut euch unsere anderen Videos an, abonniert den Kanal. Und wenn ihr die Quiche nachbackt, guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.